1, 4, 3, 2, 1 Frohes Neues Jahr aus Sydney! Frohes Neues Jahr ihr Lieben! Ganz aktuell! Ja, aus gegebenem Anlass Neujahr schieben wir jetzt vor die nächsten und vergangenen Sydney Videos, die jetzt noch kommen sollten. Eigentlich schieben wir eben unser Silvester Video ein und die anderen folgen dann danach. Ja, von daher viel Spaß mit dem Video und tschüss! Hallo! 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 Daniel! Grüß Sie! Wir haben gerade hier, wie heißt es? Meal Prep! Ja, Meal Prep hier vor allem da links! Meal Prep mit Moodlesuppen und Cocktails! Danke hier! Heute ist Silvester! So, wir fahren jetzt nach Sydney rein mit der Bahn und suchen uns dann in einem Park einen schönen Platz. Und ja, wir haben jetzt die Flore, haben wir? Halb elf und lassen uns da halb elf morgens gleich dann schon nieder, um für abends einen guten Platz zu bekommen. Ich habe ganz viel mitgenommen, so eine ganze Box voll mit Nudeln und Reis und Bananen und allem Zeugs. Ja, und dann dürfen wir jetzt insgesamt bis heute Abend zwölf Stunden fast warten. So sieht unser Tag aus. Wir müssen jetzt noch, ich glaube, zwei Stunden warten. Dann fängt das Entertainment. Oh Mann! Wir haben jetzt noch die Flos. Halb acht haben wir jetzt. Wir müssen immer noch hier ausharren. Wir haben jetzt eben schon so eine schöne Flugschau gesehen. Aber es wird ziemlich gut liegen, gerade wenn die Sonne ein bisschen runter geht und es ist total windig. Das ist nicht so schön, aber wir freuen uns trotzdem voll drauf. So? Let's go! Oh man, das war ja. So check out! Oh man, das war ja. Oh man, das war ja. Oh man. Du bist so gut. Auf dasramaid! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020